Und damit begrüßt euch der Teufel Diablo höchstpersönlich zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Diablo 2 Resurrected auf dem Kanal Diablo mit GetMyXP auf YouTube. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit dieser feurigen Ausgabe. So, einmal die Armbrust. Da ist der große Schild. Ah, okay. Diese Truhe war jetzt ein bisschen enttäuschend. Na gut, der eine hier ist zumindest ätherisch, aber trotzdem. Das war jetzt eher eine enttäuschende Truhe. Also da gab es jetzt nichts wirklich viel abzustauben. Wie viele Schriftfreunden haben wir eigentlich? Jetzt zwölf. Okay. Das geht auf jeden Fall bestandstechnisch ein bisschen voran. Da war jetzt aber, glaube ich, auch ein kleineres Gebiet. Also ein kleineres Grab auf jeden Fall. So. Dann geht es weiter. Und zwar in diesem Grab. Ähm, da ist dieses Symbol drauf. Okay, also das führt uns sowieso auch hier nicht zum richtigen. Aber damit wären wir dann schon beim Grab Nummer 4 von 7. Wir müssen diese auch abschließen. Bleibt ein Weißchen und hör zu. Nee, ich habe keine Zeit. Ich muss, ähm, Sachen fertig machen. Steht da eine Armbrust versus Silber eine Armbrust. Also der gibt auf jeden Fall Angriffswert dazu. Der gibt... Ja, okay. Denk ich, ist der tatsächlich ein Tickchen besser. Ähm. Ja. Hier haben wir den großen Schild. Verbesserte Verteidigung und Magieschaden reduziert. Was haben wir hier? Ätherisch, Feuerwiderstand, Giftdauer. Gut, dann nehmen wir auf jeden Fall das mit dem Magieschaden. Aus Prinzip. Ähm. Knüppel des Feuer... Oh, Feuerblitz. Die Fähigkeit haben wir noch gar nicht. Das nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Wenn ich jetzt irgendwo Platz hätte. Das ist jetzt, äh... Ein bisschen kontraproduktiv gerade. Ähm. Ja. Äh... Ja, komm. Hier glaube ich, die Knüppel ist ein bisschen besser. Wobei ich hier eigentlich auch was habe, aber... Ganz ehrlich. Katar und hier haben wir eine Unterarmklinge. Äh... Hö, hö, hö. Eigentlich müssen wir den auch einlagern, aber... Verzüge ich dich jetzt mal drauf. Das ist so... Das ist schon ein bisschen frech, aber... Komm, ich pack den Morgenstern rein, weil der ist ein bisschen... Für mich... Attraktiver. Aufgrund der Fähigkeit. So. So, haben wir wieder mal 8.300... Ähm... Und... Angeschaufelt. Ich meine, der Goldbestand wächst ja und wächst ja und wächst ja mit jeder Sekunde... Wie wir in diesem Spiel investieren. Ich meine, wir haben jetzt schon alleine über 50.000 Gold jetzt innerhalb... Von nicht mal... Zwei Stunden. Und... Geschäffelt. So. Dann sind wir ja mit dem Grab in der Ecke fertig. Gehen wir mal einfach mal jetzt rüber... In... Das Grab hier. Komisch, dass sie aber auch alle hier Teilraschas Grab heißen. Das ist auch irgendwie ganz... Interessant. Ach, nee. Nicht diese Viecher schon wieder. Da hab ich keinen Bock drauf. Nee, diese Stahlkäfer sind wirklich... Die größten... Endgegner, glaub ich. Ach, du Elend. Ich seh schon. Stahlkäfer, Endgegner. Ah, nee. Ich wirk, glaub ich, aber eher danach aus, als wär's wieder der Vernichter hier. Glaub ich. Sündenmaul. Und Giftserreißer. Ja, nee, ist klar. Schick doch gleich hier 1582 verschiedene legendäre Gegner. Genau. Ey, übertreibt man nicht. Junge, was ist denn das? Schick doch gleich hier 1000 legendäre Gegner auf mich. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen... Okay. Das sind schon so viele Tränke, dass ich da keine Ahnung hab. Nicht, dass ich da mal irgendwie was Falsches nehme. Aber hier sind denn mittlerweile schon sehr, sehr viele normale Tränke. Also wir sind mittlerweile, denke ich, auch schon auf dem Niveau angekommen, wo wir da... ...jetzt normale Tränke als Standard haben. Was auf jeden Fall ganz gut ist, schon mal. Kommt schon mal ganz gut gelegen. Heiltrank, Mana-Trank, Mana-Trank, Heiltrank, bla bla bla. So. Kommt, Ruhe. Auch mal was Gutes raus. Vielleicht mal ein Game-Gegenstand. Das hätte mal was. Nein. Das Spiel wäre mal wieder zu geistig hier. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, genau. Ähm. Hm. Hm, hm, hm. Ja, ich glaube, ich muss die identifizieren. Geht nicht anders. Reitachs der Bösartigkeit. Ja, okay. Habe ich hier. Okay, tschüss. Können wir schon mal auf jeden Fall mal das Kristallschwert nehmen, weil der wird uns auf jeden Fall... Boah. Das gefällt mir doch schon ein bisschen besser ab von den Stats her. Ich will jetzt noch einmal mir mal das große Schild angucken. Blockrat und Blockshop. Oh, oh. Oh, 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 doch, 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 doch. Das ist schon mal... Das sind schon mal so Sachen, die kann man nehmen. So. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal die Breitachs mitnehmen. Einfach aus Prinzip. Aber ich glaube, wir kommen... Ja. Dann haben wir die. Wunderbar. Gut. Dann hätten wir hier schon mal... Ich hoffe, ich habe hier alles... Ach, genau. Es ist ja nicht normal, wie viele Tränke hier einfach mal so liegen, ne? Junge, Junge. Eigentlich sind wir ja schon voll, was das Inventar betrifft. Ja, ich sehe schon. Ich kann es schon förmlich spüren. Irgendwie steinermäßig, dass da auch immer ein Mumion-Sarkophag sich hier befindet. Fällt mir nur so mal auf. Schrein der Mana-Erneuerung. Eure geistigen Kräfte erholen sich schnell. Ja, das ist schon mal ganz gut. Geistig bin ich schon sowieso abgestürzt. Kann ich jetzt rein? Ich gucke jetzt rein. Okay. Du hast mal zwei Talruhen bekommen. Nee, ich gucke jetzt rein. Ja. okay einmal teilhune das was neues glaube ich das hat mir noch gar nicht macht 75 gift schaden über fünf sekunden krass aber ich glaube wir haben ja voll es ist gut weil wir haben nämlich dreimal den topaz jetzt in unserem sortiment ist es wir können jetzt da auf jeden fall einen fehlerhaften herstellen natürlich natürlich machte das nicht einfach eigentlich ist mir so egal ob ich irgendwie schaden davon trag oder nicht die können sich halt durch türen glitschen ist auch deren gutes recht ist das dauert doch viel länger als gedacht also hätte hier so nicht erwartet mal gucken ob wir das vielleicht doch nicht durch kriegen hier akt 2 meine güte also das zieht sich schon doch gutes stück in die länge ich noch mal kurz angemerkt haben kristallschwerte bereitschaft das haben wir hier gesegnet ist der kunstfertigkeit ja nee dann ist das andere besser ganz klar sagen unterarm klinge des blut egels ist jetzt nicht so genau das ist interessant der schild 57 prozent blockchance aber machen und bösartigkeit die achse ich glaube die teilhune ist tatsächlich jetzt neu wir haben jetzt ist es nur die frage erst mal hier die paar sachen die ich jetzt erst mal im inventar hat ja hallo wir sind die ruhen eigentlich wird 1700 ok ja nicht so prickelnd so dann können wir nämlich einmal ganz kurzen fehlerhaften fertigen so dann haben wir einen weiteren hier unsere uhr nur einmal den schild rein ja amethyst rein dann haben wir hier den diamant und die beiden runen die können wir auf jeden fall mal einlagern sind schon eigentlich fast essentiell wir haben ganz schön viele ruhen jetzt hier innerhalb der letzten zeit im inventar eingesammelt kann man machen das kann man wohl oder über so machen dahingehend würde ich einfach mal sagen legen wir mal die beiden dinger hier hin ich werde bis zum nächsten bis zur nächsten live aufnahme genau live aufnahme zum nächsten live stream da definitiv hier das inventar um sortieren müssen es ist echt wahnsinn so wieder mal fünf wertpunkte die wir verteilen dürfen ja dann gehen wir mal auf jeden fall je eins auf vitalität und energie zwei auf geschickt und ich glaube leben ist momentan bisschen wichtiger oder stärke auch kommt immer eine auf stärke aus das passt schon so meine sehr verehrten gegnerischen damen und herren und monster wo zur hölle seid ihr blutbau eigentlich eigentlich können die einen nicht mal was groß ausrichten ein maler schreien haben wir hier und gesundheit schreien auch gut aber sie folgen das passt doch schlagendes leder das erste mal muss auch mal treppen hoch geht ich dachte schon dass das gebiet hier wieder mal genauso eintürig wird aber okay wird wirklich eintürig ja das highlight hier man kann treppen hochsteigen nice es ist doch mal ein bisschen mal zumindest auch noch brunnen meine herren es ist schon mal ein bisschen abwechslung auch wenn es nicht so danach ausschaut das war auch okay das war jetzt glaube ich der mit abstand kleinste gebiet hier vom thai raschers grab damit nummer vier vom fünf äh von sieben jetzt abgeschlossen da können wir direkt schon zum nächsten rüber laufen da wäre wir jetzt rennen das ist die frage ach so da da haben wir das okay wunderbar dann kann larisa viser für dein follow und herzlich willkommen so dann machen wir weiter so ouch das ist schon frech okay erhaltener toter wieder mal ein paar neue gegner jetzt und wieder diese Mistkäfer langsam gehen die mir so auf den Keks alleine schon durch ihre bloße Anwesenheit hier gehen sie mir so hardcore auf die Nerven so hier haben wir einen vollhelm brauchen wir nicht ein guter mana trank aber ich will jetzt auch mal gute heiltränke haben das kann doch nicht sein dass ich da die ganze zeit jetzt nur verzweifelt am suchen bin für die guten heiltränke eigentlich müssen die auch schon längst hier für uns verfügbar sein mehr oder weniger das ist eigentlich so wie es ist ähm gut nein da meine herren so langsam macht es mit diesem käfern echt kein spaß mehr oh oh ne besser wäre es wenn wir da jetzt mit uns mal ein bisschen aus dem Weg ähm oder beziehungsweise auf Distanz gehen Militärpicke ETF da wäre wieder glaube ich was Klassenexklusives so hier haben wir noch mal ein bisschen was für unser Vermögen was ist das eigentlich Militärpicke eine Waffe gut hat sich das auch geklärt ähm irgendwo habe ich aber noch eine verschlossene Truhe gesehen die uns aber gar nichts gebracht hat wir verbrauchen gar keine Schlüssel also von daher sind wir absolut im Soll nicht die Gräber werden aber auch immer kleiner habe ich so den Eindruck so wir wollen mal gucken hier geht es noch rein und da ja dann gehen wir erstmal hier längs äh ich 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 spüre schon hier die Stahlkäfer die sich nun wieder breit machen ja das war so klar ey die kann man auch nicht mehr irgendwie verhören ist schon frech da darf man auch nicht mal irgendwie in den Nahkampf reingehen weil selbst im Nahkampf richten sie halt ungemein viel Schaden an jetzt muss ich mal ganz kurz gucken das nehmen wir auf jeden Fall mit der Rest ist nicht so wichtig erstmal oha endlich mal einen gelben Gegenstand aus einem Krug ja seh mal einer an hat auch nicht lang gedauert hier Rechheit was haben wir denn hier noch ein Stab okay na komm da brauchen wir mal einen davon bam bam dann haben wir sonst hier nix okay ich gucke auch gerade mal so ein bisschen auf die Uhr hier kommt es mir auch echt nicht so vor als hätten wir da lange jetzt schon gestreamt weil man die ganze Zeit hier nur in diesem einen Gebiet hier feststeckt ich finde es krass dass auch meine Verbindeten mittlerweile in der Lage sind da einfach mal so durch Wände zu laufen ich finde es gut nur weiter so bam 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 boah okay meinen unerwarteten Vernichter K der Seelenlose und der hat aber auch ein bisschen Leben war nach Verbrennung extra stark und äh noch irgendwas ich kann nicht noch mehr tragen okay jetzt werden er noch schwache Heiltränke bekommt das ist auch das ist ein bisschen surreal gerade ähm hier gibt es nicht mal eine Belohnungstruhe okay da oben wahrscheinlich ähm ja schauen wir mal ich versuche mal ein paar Tränke hier loszuwerden ich habe einfach mal drei Ringe bekommen jetzt muss man sich einfach mal auf die Zunge zergehen lassen ähm das reicht jetzt glaube ich nicht mal wirklich für einen Zersetzerkopf habe ich jetzt obwohl doch für einen Zersetzerkopf reicht das noch für den Gürtel oh könnte es auch noch reichen ich bin überladen perfekt ausgeschöpft hier den Platz den man da so zur Verfügung hat was ist das ich habe keine Ahnung von woher das jetzt kommt aber ist gut so das heißt dann oben rechts wird dann vermutlich hier die Truhe sein wo wir dann nochmal die eine oder andere kleine Belohnung kriegen hoffentlich hallo ich hoffe ich störe euch nicht bei der Party da haben wir einen Flammerherz der Hexer ja das war es auch schon okay die Gegner das sehe ich aber komischerweise auch echt äh erstaunlich einfach besiegen größtenteils boah was für eine Feuerwende die hier ausgelöst worden ist meine Herren äh wir haben hier eine blaue Forke gut schlechtes Kristallschwert ja schlechter Falkenhelm beschädigter Wolfskopf kann ich auch mal irgendwann mal was Gutes bekommen das wäre vielleicht auch mal äh vielleicht eventuell hier und da fair blauer Forlhelm okay äh Portmanus war zurück das ist mir ein bisschen war wieder zu viel was wir hier jetzt haben bleibt ein Weichchen und hört zu so da wollen wir mal gucken haben wir überhaupt irgendwas was sich hier lohnt zu tauschen ähm hier haben wir ne was nicht Nattern Knorrenstab ähm nattern Gürtel ach das können wir auf jeden Fall einlagern Hagelzerfetzer oha aber es ist sehr schlecht also 15 Angriffswert 4 abgesaugtes Mana pro Treffer und Gift Widerstand ja das ist ähm Witz also das ist ja das ist lame die Waffe das muss ich leider so sagen eigentlich würde ich die schon sogar verkaufen weil die eigentlich so schlecht ist ja das wird mir jetzt ein bisschen zu viel muss mir eigentlich ein bisschen mal Gedanken drüber machen Blühender Zersetzerkopf der Selbstreparatur ja gut ähm wir haben auch ein paar Ringe schon wieder geringe Obhut und Ringe der Würde plus 19 Marder und plus äh Kingsbums ich das tatsächlich doch einen kleinen Tick besser okay ähm ja eigentlich würde ich den echt tatsächlich verkaufen weil eigentlich ist das echt schlecht was der hat also so an Eigenschaften hier haben wir ja nochmal einen guten Mana Trank aber auch einstecken ja dann halten wir auf jeden Fall den letzten fehlenden Diamanten äh fehlerhaften Diamanten besser gesagt ja den Rest können wir ja verkaufen oh das gibt ja auf jeden Fall wieder mal ordentlich Kohle so wie immer so weg damit weg damit weg weg und weg doch wir haben 21.000 gemacht Entschuldigung 22.000 wenn man das jetzt mal fairerweise aufrunden würde ich komme mir irgendwie auch die ganze Zeit nur so vor als würde ich die ganze Zeit hier äh immer in das gleiche Gebiet hin und her laufen oh was für ein leichen Berg hier das ist auch geil geht hier noch weiter also Fakt ist hier schon mal wir kriegen deutlich mehr blaue Items das ist schon mal ganz gut wir brauchen wir jetzt auch nicht mehr groß darauf kommentieren zu müssen das ist schon traurig was die Gegner hier teilweise da abliefern ich glaube ich war irgendwie so wütend gerade dass ich ja irgendwie ob das erdbeben ausgelöst habe was man da so alles noch im spiel so entdecken kann das ist jetzt aber mal erstaunlich groß so ich glaube we just continue besser gesagt ich habe schon wieder irgendwas aufgenommen was ich nicht wollte bisher haben wir immer noch keine seltene Truhe aufgedeckt es ist noch ein bisschen eigenartig aber das Grab ist ja auch mal richtig groß diesmal er lasst meine Verbündeten in ruhe ok ach schon wieder diese Stahlkäfer die zu bekämpfen macht eigentlich aber auch echt nicht wirklich Spaß so hat es da irgendwann ein Ende oder irgendwie äh hallo lass mich doch kurz raus ich hätte mich schon jetzt irgendwie eingesperrt war jetzt schon frech gerade ok sieht mir irgendwie auch aus wie so ein Ritual oder äh um eine Anordnung her oh mein, mein, mein man hat dieses Gebiet jetzt mal ein Ende ich bin überladen ich weiß jetzt gerade nicht wie viele Gegner ich jetzt innerhalb von einer kurzen Zeit besiegt habe aber ja es dürfen vielleicht schon einige gewesen sein ähm ähm ich muss mal kurz schauen Geisterschenkel na, gibt's auch ein Schenkel mh ja, Vorkärte stoßen scharfes Langschwert der Qualität damit tust du dich eigentlich jetzt irgendwie schwer schwer dich gegen diese Viecher zu behaupten macht euch mal nützlich hier achso, das haben wir schon ja, ich habe schon wieder Sachen aufgenommen die ich eigentlich nicht wollte noch ein leichter Heiltrank auch noch komm schon ich will auch mal auch mal gute Heiltränke jetzt mal bekommen ähm ich will nichts sagen aber warum tut ihr euch jetzt momentan gegen diese beiden Blutbäuche so schwer das wollte ich nun mal vielleicht mal angemerkt haben ha 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 Okay, der Schmutz. Kompositbogen. Ach, ganz ehrlich, ich verzichte da jetzt drauf. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir da nochmal wieder zurückkehren oder nicht? Ich glaube schon. Wer weiß, was sich da in dieser Truhe noch so wieder verbirgt. So, an Sachen. Gut, wäre aber auch echt langsam anstrengend hier. Klapp drei Stunden. Ununterbrochen. Als ob ich ja irgendwie so kein Leben hätte. Wie im echten Leben. So, ähm. Oh, Kobaltblauer Ring. Das ist stark. Können wir auf jeden Fall mal nehmen. Ich glaube, ich habe sogar Kältewiderstand. Glaube ich. Oder? Nö. Hier habe ich ja irgendwas mit Kältewiderstand. Wollen wir mal das Amulette austauschen. Das ist mit der Ringe eigentlich viel, viel besser. Äh. Wir haben nochmal einen ledierten Topaz. Finde ich krass. Okka Gelber. Großer Zauber der Stärke. Nicht gut. Gremiger Kriegs des Blitzes. 35% erhöhter Schaden. Und Blitzschaden. Ok. Das ist aber ganz ordentlich. Ich bin es auf jeden Fall besser als das, was wir jetzt im Inventar haben. Äh. Scharfes Langschwert der Qualität ist, denke ich, auch ganz okay. Nur das Problem, was ich darin sehe, ist, dass ich den nicht benutzen kann. Und zweitens, der mir sowieso auch sehr, sehr viel Platz wegnimmt. Weil ich neig eigentlich schon, diese Scherz zu verkaufen. Forke des Stoßens. Ich glaube, ich muss einfach mal die ganzen blauen Gegenstände jetzt loswerden. Das reicht jetzt auch langsam. Ja, schade eigentlich drum. Aber geht ja jetzt leider auch nicht anders. Ähm. Das, das, das und das. Okay, hat sich eigentlich überhaupt nicht gelohnt. Schade. Also dafür, dass dieses Gebiet aber auch echt groß war. Also im Verhältnis zu, ähm, den anderen Gräbern, die wir jetzt schon durchforstet haben. Haben wir irgendwie voll schlecht Ausbeute gemacht. Na gut, ich will ja auch jetzt nicht länger hier verweilen. Wir haben ja noch zwei Gräber, wenn es mich nicht täuscht. Einmal das und dann ganz hinten links. Und dann sind wir auch endlich mit Teilraschers Grab mal durch. Oh Mann. Das zieht sich aber auch die ganze Zeit über. Eigentlich können wir auch direkt rein, würde ich schon fast sagen. So. Teilraschers Grab Nummer 6. So, ich hoffe, das geht ganz schnell. Vielleicht haben wir auch jetzt einfach mal... Einfach mal ein Glücksgrab. Von der jetzt auch mal ausnahmsweise hier... Nicht viele Gegner versteckt sind. Oder am besten gar keiner, wo wir irgendwie auf eine Schatzkammer stoßen. Ja, natürlich. Stahlkäfer. Man kann ja auch hoffen, ne? Ich möchte es nur mal betonen. Wutfresser. Also eine legendäre Erscheinung. Kann es sein, dass ich jetzt schon überladen bin? Ja, das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Den Kompositbogen will ich vielleicht noch nehmen. Dann bin ich noch den Jagdbogen. So. Glädierter Schädel. Ja, toll. Ach, da schon direkt die... Die... Truhe. Ich glaube, aus den ganzen Thronen, die wir jetzt bisher hier aufgedeckt haben, haben wir, glaube ich, nicht einen einzigen gelben Gegenstand bekommen. Das ist schon ziemlich schwach, muss ich fast sagen. So, rein mit dem Schädel. Ach, dieses Kristallschwert lasse ich jetzt einfach mal. Lassen wir die jetzt einfach mal liegen, weil... Ich würde mich ja jetzt auch nicht groß damit auseinandersetzen wollen. Noch eine Eldrone. Können wir mitnehmen. Ach, Gullfürsten haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Das war ja jetzt aber mal... Krass. Kehren. Eieieiei. Oh, jetzt formadieren sie uns aber mal mit allen Gegnern, die wir bisher begegnet worden sind. Ähm, schauen wir mal. Probieren. Trank. Zombie-Kopf. Heiltränke. Boah. Kann man machen. Hm. Hm, 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 hm. Ich sage mal ganz ehrlich, wie es ist. Eigentlich, äh, haben wir ja schon diese Truhe entdeckt. Eigentlich könnten wir auch jetzt schon wieder verschwinden. Ich habe aber immer nur die Hoffnung, dass man da vielleicht hier und da nochmal irgendwie was vorfindet. So, einmal kurz unseren Speed-Mode aktiviert. Oh, ich sehe schon, der Vernichter, der spuckt gerne hier seine Exkremente auf uns. Oh, da war nix. Ich wollte nur mal sicher gehen, dass da überhaupt irgendwas ist. So, ähm... Schau. Wieso ist mein Schatten jetzt gestorben? Aber was? Hä? Ich habe einfach mal vollkommen random draufgegangen. Ja, gut. Fand ich jetzt sehr fragwürdig, aber... Okay. Ich bin überladen. Ja, ich weiß, dass du überladen bist. Ähm... Ja, ich gucke mal, ob ich da irgendwie mir noch Platz schaffen kann, meine Herren. So, ähm... Mal gucken. Mal gucken. Wir kriegen aber auch jetzt schon ganz schön viele Regenerationstränke auch. Bin ich auf jeden Fall ganz gut. Obwohl, Zombie-Kopf... Auf den... Auf den können wir eigentlich diesmal verzichten. So. Zack. Und zack. Dann sieht es wenigstens ein bisschen schöner aus. Ich glaube, hier... Ne, haben wir ja schon zwei Exemplare. Das ist gut. Was war denn da? Ich dachte, es wäre jetzt noch irgendwas gewesen. Ich wollte es doch vermeiden. Also, mein Schatten tut sich aber auch in letzter Zeit irgendwie ein bisschen schwer gegen diese Gegner. Kann das sein? Äh... 26 Gold. Da ist nix. Äh... Ausdauer. Auf jeden Fall mal kurz nutzen. Zweifache Axt. Und dann noch mal ein Rüstungsständer. Okay, der war... Der ist ganz... Okay. So. Haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube, das sieht eher nach einem Nein aus, aber... Ja, jetzt wird es auch noch fleißig hier... Disco-Feeling herbeigerufen. Oh, okay, darum sieht es aber mal ein bisschen mysteriöser aus. Schon mit den diversen Zeichnungen hier am Start. Aha. Also, eins muss man da auf jeden Fall sagen. Also, dafür, dass man da... Sieben verschiedene Gräber designen musste. Wenn ich schon... Hat jedes Grab auch schon so ein bisschen seine... Oder ihre Besonderheit. Sodass es nicht alles zumindest sich sehr, sehr stumpf gleich anfühlt. Was ich auf jeden Fall... Zumindest hier sehr begrüße. Ich hoffe, euch hat dieser Brustgabe gefallen. Falls es dem so wäre, so lasst den kleinen Dämon einen Daumen nach oben oder einem netten Kommentar eurerseits da. Der große Teufel verabschiedet sich neben von euch und wünscht euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Hahaha.